Ja, moin mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokemon SoulSilver Random Nassloff Variante. Es geht weiter in eine neue Folge und wir werden, wenn ich auf das richtige Fenster klicke, zack, heute Richtung Kanto aufbrechen. Das ist der Plan. Wir haben natürlich Pokémon verloren. Und zwar die beiden. Die beiden Kollegen. Speckmon, du hast es eigentlich doch gerissen. Du hast mir nämlich einen Trac gegeben. Ich will dir nichts geben. Ich will dir es wegnehmen. Flucht sein. Ja, gut. Wir werden uns heute erstmal neue Pokémon beschaffen. Und ja. Was willst du denn? Oh, hallo Zero. Professor Linz sagt, er habe irgendwas für dich. Oh. Was ist denn das? Ist das ein Kanto-Pass? Du weißt, das hat sich gereimt. Ich bin von der Rapper. Okay. Ich glaube, mein Mikro muss näher ran. Okay. Was willst du, Kollege? Oh, hallo Zero. Ich habe dich schon erwartet. Ich habe dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon-Jagd gehen. Nein. Zero verstaut. Bootsticket. Das Schnellboot für dieses Ticket... ...gültig ist. Was? Achso. Das Schnellboot, für das dieses Ticket gültig ist, legt im Hafen von Oliviana City ab. Aber das weißt du ja wahrscheinlich bereits. Nö. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammen gereist. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, grüße bitte Professor Eich von mir. Mach ich, Kollege. Tschüss. Frei. Wir sind frei. Wir können nach Kanto. Wir müssen zuerst hier rüber laufen, weil wir kein Flug-Pokémon haben. Das habe ich erwartet. Oh, ein Baldur-Fisch. Das hätte ich auch gerne gehabt. Das ist cool. Ein Wasser-Pokémon nach meinem Geschmack. Aber, ja. Ich werde jetzt nicht gegen Dreier kämpfen, Freunde. Ich weiß, wir wollten gegen alles kämpfen, was im Busch ist, aber... Er will drei. Ne. Lass mal stecken. Das müssen wir nun wirklich nicht tun. Ja, mega. Och, Mann. Das wären jetzt zwei, die ich richtig gerne gehabt hätte. Aber, wir sind jetzt leider noch nicht an der Reihe, mit unseren Pokémon zu fangen. Weil Level 2 hoch trainieren, habe ich echt keinen Bock drauf. Gut, darauf verzichte ich gerne. Aber ich glaube, die Entwicklung hatten wir von dem. Also von daher wäre das eh nichts gewesen. So, darf ich jetzt weiter rennen? Oder wollte ich mir noch mehr Pokémon vor die Nase setzen, die ich gerne hätte? Laufen wir hier oben lang. Nicht, dass da gleich irgendwie ein Darkrai kommt oder so. Das wäre es jetzt noch. Na gut, hatten wir auch schon. Es ist wirklich schwer, noch Pokémon zu finden, die wir noch nicht hatten. Das muss ich ehrlich gestehen. Weil wir viele Pokémon noch gar nicht gesehen haben. Was irgendwie ein bisschen suspekt ist, wie ich finde. Hatten wir auch. Mal gucken, was wir gleich finden. Ich bin gespannt. Ich muss gleich nochmal die Liste aufmachen. Ja. Wir sind drüben. So. Ich möchte... Ich möchte... Wollen wir Encantul-Pokémon fangen? Wäre das besser? Auf jeden Fall legen wir erstmal unsere Pokémon weg. Pokémon bewegen. So. So. Ach ja. Vergas. Das sollte ich auch noch tun. Der Totentanz. 55 tote Pokémon. Ja. Und dabei ist Tobi Crowboy. Tobi... Crow... Boi. Und dann haben wir... 56. Tut mir leid. Du warst sowieso ein... Ein... Mutzlos. Ich meinte, deine Mitnahme war cool. Die hat mir echt einen Arsch gerettet. Aber... Tut mir leid. Auch wenn ich dir vier Attacken beigebracht habe. Und die mich Geld gekostet haben. Okay. Drei haben mich Geld gekostet. Tschüss. Speckmon. Tut mir leid. Dass du sowieso Schluss warst. Aber nicht jeder hat Glück. Speckmon. So. Wir nehmen unser Flug-Pokémon mit. Ja. Das ist unser Flug-Pokémon. Für alle, die das noch nicht gesehen haben. Damit fliegen wir durch die Gegend. Ist schon armselig genug, oder? Sag mir Bescheid, wenn es noch nicht armselig genug ist. So. Dann würde ich sagen, auch nach Kanto. Da werden wir die Pokémon fangen. Und das Problem ist nur, das Trainieren. Das wird ja nicht so schnell gehen. Bukazia City. Oluviana City. Das heißt, ich werde sie erst für die nächste Folge trainieren. Müsste ich hinkriegen, ne? Ja. Ich mein, wir gehen jetzt nach Kanto. Dann fangen wir die Pokémon. Dann müssten wir schon ordentlich Zeit rum haben, ne? Was mache ich denn da? Ich schwimme doch nicht selber rüber. Ich bin doch nicht blöd. Aber vielleicht sollte ich definitiv erstmal mein Pokémon ablegen zum Fliegen. Blitz-PC, bitte. Ja, ablegen reicht aus. Heute brauchen wir nur die Ablegen-Funktion. Auch wenn ich mich immer beschwert habe. Aber ganz ehrlich, Pokémon bewegen wäre schneller gewesen als Ablegen. Ich weiß gar nicht, was der Scheiß soll. Wozu? Wenn es eine Funktion Bewegen gibt. Wozu gibt es dann mitnehmen und ablegen? Das ist voll schwachsinnig. Ne? Uh. Professor Reich. Oh, Zero. Also irgendwie wirkst du so langsam wirklich wie ein echter Champ. Und als Champ solltest du auch einen angemessenen Pokédex besitzen. Gib ihn mir doch mal eben her. Ich rüste ihn für dich mit dem nationalen Modus aus. So er hat vor Anfang eigentlich so ausgerüstet. Das weiß natürlich auch keiner. Der Pokédex von Zero wurde aufgewertet. Ich weiß, es ist nicht leicht, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Hoppla, schon so spät. Im Radiosender von Dukazia City wird gleich mal eine Sendung aufgezeichnet. Und du brichst nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe dort in einer Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm doch vorbei. Und lass mich einen Blick auf deinen Pokédex werfen. Wenn du in der Nähe bist. Der kommt von Kanto nach Yoto einmal die Woche, um so eine scheiß Sendung zu machen. Soll er doch gleich herziehen. Wo ist das Problem? Was ist hier? Also. Okay. Ein Pärchen. Cool. Willkommen auf unserem Schnellboot, der MS Aqua. Hast du ein Ticket? Sicherlich. Zero zeigt das Bootsticket. Super. Du hast also ein Ticket. Wir legen bald ab. Also beeil dich besser. Na los. Husch. Jojo. Alles klar. Du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Juhu. Vor allem Schnellboot. Das Ding ist so riesig. Das kann gar nicht so schnell sein, oder? Huch. Das meine ich nicht mit Huch. Entschuldigung. Ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag Bescheid. Ah nein. Geht das schon wieder los? Soll ich jetzt hier echt kämpfen? Das ist die Kabine. Deine Kabine. Wenn dein Pokémon nicht verletzt ist, mach ein Nickerchen. Ich hätte meine Pokémon doch vervollständigen sollen. Gut. Wir haben jetzt nur vier Pokémon dabei. Aber wir können jederzeit schlafen. Äh. Das sieht ein bisschen abendsinnig aus. Wir legen mal. Ja komm. Wir laufen mal mit Regie rum. Wenn sie schon vorne ist, dann soll sie auf die Nummer 1 bleiben. Regie. Du bist einfach meine Nummer 1. Hm. Was? Nein. Ich bin nicht einge... Was? Nein. Ich bin wirklich nicht... Okay. Ist okay. Gut. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir wollen's kämpfen. Wo ist das? Vielleicht hätte ich sehen können, dass es ein Pyro ist und Blamo sein sitzen. Aber egal. Ich gehe nach Kanton, um meine Feuerspurkünste vorzuführen. Ich werde dich gleich mal vorführen. Aber richtig. Es ist Glück, dass hier keine Zuschauer sind. Smogon. Wenn du eine Explosion machst... 36. Du willst mir sagen, ich gehe zu den Top 4. Besiege Siegfried mit Level 50. Und da kommt auch so ein erbärmliches 36er Smogon. Wo ist denn das eine Herausforderung? Und ich wette, die Arena leider sind alle um die 40. Das ist doch nicht dein Ernst. Was? Äh? Naja. Da setzt du mal dein Smogon-Team ein. Das ist sehr intelligent. Vor allem ein Feuerspucker wird Smogon. Ist klar. Der wirft das Ding in den Ring und das Ding explodiert durch die Flamme. Noch in seinem Gesicht. Nicht der wirklich der intelligenteste Feuerspucker. Vielleicht geht er deswegen nach Kanto, weil er in Joto nicht erfolgreich ist. Weil er jedes Mal aufs Maul kriegt von seinem eigenen Smogon. Das muss es sein. Oh, Flamara. Das ist eine Kombination, die passt ja perfekt in deinen Doppelteam-Kampf. Flamara und Smogon. Da kann er gleich Tschüss sagen. Na los, Ed Klumpen. It's your turn. Eigentlich hätte ich auch da bleiben können, oder? Eigentlich hätte ich Regi auch einsetzen können. Was bist du? 36? 37? 37? 39? Wir sind alle am Arsch. Er darf sogar anfangen. Oh mein Gott, Ed Klumpen ist tot. Wiederbeleben mit Surfer. Das ist doch... Leute. Ach Gott. Das ist sehr effektiv. Wer hätte es gedacht? Na gut, Meistererfahrung. Euer Spucker Wim. Zisch, die Flamme ist so klein. Tja. Nein, ich sag jetzt nichts dazu. Alle, die über 18 sind, können sich hier den Satz jetzt denken. So. Okay, hier ist gar nichts. Ein Doppelkampf. Du denkst, ich bin noch ein Baby? Ich bin kein Baby. So etwas sagt man nicht zu einer Dame. Ist klar. Ganz schön selten gibt es die Doppelkämpfe hier in SoulSilver, ne? Wann war der letzte? Am Anfang irgendwo. Oh, wow. Fürchte mich so sehr. Bitte tut mir nichts. Das Satz jetzt, ich glaube, müsste das nichts ausmachen, ne? Hoffentlich. Vielleicht sterben sie ja schon durch Blizzard, dann kriegt er keinen Ladungsstoß ab. Das wäre echt cool. Nice. Gut, Satz jetzt, ich glaube, dass du so schnell bist. Bin begeistert. Schneller als Regi. Ja, Regi, du kommst zu spät. Jetzt bist du nicht mehr meine Nummer 1. So, Alter. Ich bin gemein. So. Ja, Erfahrung. Das war es schon. Zoe und Pia. Ich finde, Zoe finde ich einen richtig schönen Namen. Würde ich jemals Kinder haben, die ich niemals haben werde, würde ich sie Zoe nennen. Auch wenn es ein Kerl wird. Obacht. Ich bin ein Obdachloser. Mit einem Kind. Wolfram. Okay. Okay, Regi. 40. Wir steigern uns. Wir steigern uns. Oh, ein Geschenk für mich. Hey. Kein Wunder, heute ist auch nicht mein Geburtstag. Der ist erst in 16 Tagen. Wer so früh ein Geschenk schickt, das kann nur eine Bombe sein. Das heißt, wenn ihr mir Geschenke schickt, Freunde, ich mache sie erst am 26. auf. Hey, da liegt doch irgendwas. Na gut, dann hätte ich. Ah, das waren Taschen. Das sah aus wie Boxhalsschuhe. Hallo, du bist ein Wanderer. Ich hoffe, du hast Kampf-Pokémon. Ich hoffe, du hast Kampf-Pokémon. Bist du allein? Gut, 39, die weiß. So, was hast du noch zu bieten, mein Freund? Geowass. Uh, jetzt wird's spannend, aber uhuhu. Eher nicht. Es sei denn, es explodiert, aber unser Erdklumpen hat natürlich eine hervorragende Verteidigung. Der macht ihn platt. Wir haben mittlerweile ein Level erreicht, wo Explosionen und Finale nicht so krass sind. Oh mein Gott. Dieses Geowass ist einfach mal langsamer als Erdklumpen. Ist das überhaupt möglich? Holy shit. Das ist doch, das ist ein runder Stein, der muss doch flitzen. Oder nicht? Ich meine, wäre er viereckig, würde ich verstehen, dass er irgendwie nur auf der Stelle stehen kann. Aber als rollender Stein. Ja, gut. Ab in die nächste Kabine. Hier ist einfach mal nix. Vielleicht finden wir Mülleimer. Mülleimern findet man gerne auf Schiffenüberreste. Hallo. Oh, hallo, ich kann meine Enkelin immer noch nicht finden. Wenn ich nur wüsste, dass sie hier an Bord ist, wäre ich bereits beruhigt. Aber andererseits ist sie so ein Energiebündel, dass sie wahrscheinlich irgendjemanden zur Last fällt. Oh nein, jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen als zuvor. Wenn du in deiner Kabine rumsitzt, dann wirst du sie auch im Leben nicht finden. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Paar ihr Kind auf dem Schiff verliert. Und da hängen die in ihrem Zimmer. Wir müssen sie finden. Aber ich kann sie in diesem Zimmer nicht finden. Sie muss verschwunden sein. So, da ist eine Küche. Wetter, da finden wir Überreste. Hallo. Was hast du, dass du kämpfen willst? In den Arbeitspausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Ich würde hier essen. Aber, naja. Makuida. Level 40. Ich glaube, Käfer war gut, oder? Super. Du bist ein Held. Oh, mein Handy ist noch an. Er ist nicht mehr gestorben, okay. Käfer ist nicht so gut. Na, was soll's. Er hat seine Runde verschwendet mit Ausdauer. Hast du selber schuld. Ich hab dir die Chance gegeben. Regi ist nämlich eine Nette, die dachte sich, komm. Er darf auch mal zuschlagen. Aber nein. Verkackt. Radikal. Der Radikale. Setz ihm doch Knubi ein. Dann gucken wir, wie radikal du wirklich bist. So, mit was machen wir dich zuerst fertig? Oh, na, Kampf, komm. Haben wir die eingesetzt. Bam, 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 bam. Außerdem ist ein Kampf gut gegen normal. Nur mal so zwischendurch. Kaputt. Gut. 14 Level Unterschied und 120er Stärke mit absurder Stärke von Knubi. Er kann nur tot sein. Yeah. Sieg oder Niederlage? Meine Pause ist vorbei. Tja, jetzt musst du Hunger an, mein Freund. Hast du hier Mülleimer? Kann ich deine Überreste haben? Okay, gehen wir jetzt erst nach links, ne? Hier schlafen nämlich die Matrosen. Oh, lässt du mich an den Mülleimer? Oh, ich bin sehr krank. Ein Herausforderer von Jongleur. 37. Na gut, Regi, du kommst wenigstens, äh, ähm, Mathematik und so im Kopf. Großartig. Das ist ne Scheiß-Attacke. Ich mein, verschwindet es jetzt wenigstens? Das heißt, er hat sich quasi ein bisschen Leben gespart. Naja, gut. Wenn er meint. Verladungsstoß, komm. Darfst du trotzdem angreifen? Ja, gut. Dann ist es mir egal. Mach, was du willst. Und wenn gleich kein Wasser-Pokémon kommt. Danke. Aber was kann ich mich beschweren? Ich habe gestern auch mit einem Leben überlebt. Kann ich es ihm auch mal gönnen. Magma. Wir wechseln mal das Pokémon zu Erd-le-Klumpen. Ich glaube, man hört das, ne? Wenn ich mit meinem Controller rumspiele. Ich nehme jedes Mal die magnetischen Knöpfe ab. Ups. Und so verlädt man Knöpfe. Aber ich habe ihn wiedergefunden. So, Mr. Magma. Hier. Flammsturm. Ist da echt nichts anderes drauf gegen ein Wasser-Pokémon als Flammsturm? Du bist ein Arsch. Ich hasse dich. Jetzt kann ich mich heilen gehen. Wobei, endlich muss ich das nicht. Wobei. Was ist, wenn mein Rivale jetzt kommt und sagt, ich stehe auch nach Kanto. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein sehr großes Problem, weil wir nur vier Pokémon dabei haben. Ja, komm. Ist gut. Mach schock. Limmer schock. Du dürftest ja schneller sein als Erd-Knoblin, ne? Nehme ich mal an. Gut, das war jetzt nicht schwer zu erraten, was passiert. Ja. Nice. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der kämpft auch währenddessen wie übel ist. Das ist ganz ehrlich, ich bin selber schuld. Und jetzt lässt du mich nicht mal an deinen Mülleimer ran. Was soll denn die Ecke hier? Hallo. Hey du. Ja, dich meine ich. Könntest du mal nach meinem Kollegen suchen? Er ist abgehauen und faulenzt irgendwo. Ich würde ihn ja selber suchen, aber ich kann hier nicht weg. Ist das nicht der Kollege? Jetzt suche ich zwei Personen. Was bin ich hier? Ihre Mutti oder was? Aber wo könnte er denn sein? Ey, wir fahren doch jetzt überall. Das ist ja cool. Ja, das... Ja, wenn ich schon mal hier mitkomme. Ein weiches Bett, Schlafenszeit. Und für mich ist es auch Schlafenszeit, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder hier bei der MS-Anne, währenddessen wir dann den Matrosen suchen und das Mädchen. Oh Gott. Mir schwankt Übeles. Beide sind verschwunden. Wir sehen uns morgen wieder. Zu einer geheimnisvollen Auflösung. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Und für mich. Bis zum nächsten Mal.